So geht's doch. Okay, hier ist das wieder. Und hier ist... Oh, Alter! Das sind alle, äh... Militärdinger tot. Geh weg, Mann. Ich wollte mich gerade heilen. Boah. Also ich höre es. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Dahinter. Okay. Ach, hier ist das. Also... So, Krölle. Gut, wenn ich jetzt hier gerade ausfahre... Ah, hier war ich auch schon. Okay, es kommt alles wieder zusammen. Hier war das. Guck mal. Jetzt muss ich hier lang, genau. Dann einfach hier um die Ecke. Verliere ich wieder die Verbindung zu dem Teil. Und dann... Warte, Herr. Warte. Ah, tot, Mann. Hätte ich das geahnt. Hätte ich das geahnt. Warte mal. Schade. Ja... Halt, Herr, sch... Ich weiß nicht, ob ich das schmeiße. Ist er jetzt tot oder ist er jetzt nicht tot? Da ist auch einer. So viel ist sicher. habe ich wieder so niedriges leben ich kann das auch irgendwie hat sie nicht getroffen damals hätte er einfach durchschmeißen können vielen dank ich hoffe wir sind jetzt alle tot aber wie das wenig zeug jetzt halte ich auch erst für die munition nur hoffentlich so mit können das ist echt blöd und natürlich ist da einer war ja klar ich habe es gerade geschafft die ganze bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mache, gucke ich erst mal was hier so schönes ist. Weil guck, hätte ich mir schon mal hier das holen können und hier, wie sie leben. Und dann wäre ja noch hier die Leiter gewesen, wahrscheinlich nach ganz oben, wo der andere Kollege wartet. Erschossen zu. Möchtet ihr gerne hoch? Was ist denn? Dahin, der da. Was? Der hat auch so eine Waffe? Oh Leute, hört doch auf, hört doch auf. Oh nein, zurück, zurück, zurück. Da schmeißt du dir einer. So. Der liegt immer noch. Hi. Der liegt immer noch. Ich hoffe nicht. Natürlich. Natürlich. Da, 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 da. Das was, ich benutze jetzt auch diese Waffe hier. Match für den da oben. Geht auch viel einfacher, weil der macht das jetzt, pass auf. Da bin ich doch gleich schneller. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon erwischt. Der. Ist einfach. Ja. Mach dir, mach dir, mach dir. Macht dir nur, mach dir nur. Da waren aber noch irgendwo ein Roboter. Kann ich dieses Ding hier betätigen? Ja, aber jetzt sind wir voll tot. Also mit der anderen Schranke, kann ich die auch hoch machen? Doch die ist schon oben. Das ist ja lustig. Hier ist nichts drunter, außer der Designer, der Designer. Das war keine so gute Idee. Ich habe keine Lust. Ich habe nicht so viel Leben verloren. Wo ist denn der? Was ist denn da noch mehr? Ach, der liegt ja immer noch. Äh, wo kommt das jetzt her? Oh Leute! Sind die jetzt tot oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt... Nein, das ist echt nicht. Einfach reinlernen, das ist nur gut. Eine gute Idee. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also ich kann heute irgendwie nicht spielen, Mann. Ich sterbe nur. Also erst nachladen. Ich probiere, ob der was hat. Der hat was geschmissen, der was geschmissen, der Sack. Warum nehme ich nicht einfach das hier? Also einer lebt noch. Ohne Sound? Wie geil ist das denn? Wäre schön, wenn man trifft. Natürlich. Gut. Soviel dazu. Komm, mach den da hinten ab. Ah, hier ist ja noch einer. Hi. Hey. Blutverlust festgestellt. Ne, der hat ja kein Blut, also... Der fehlt auch nicht. Äh, sonst ist hier nichts. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Hi. Also einer ist da hinten auch noch irgendwie, der da rumballert. Bitte aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wo ist denn hier unten? Da ist er, da ist er, da ist er. 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 Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Der hat das gemacht. Ach, gemeine Güte. Mach das. Ich schmeiß auch raus. Ich schmeiß auch raus. Der hat's überlebt. Der hat's überlebt, der Pisser. Der hat's überlebt... Der hat's überlebt. Der hat's überlebt. Wer hat es überlebt? Oh, nicht jetzt schon wieder. Nicht schon wieder. Gucken, ob ich irgendeinen treffe. Ich glaube, ich habe beide getroffen. Jupp. Oder auch nicht. Nein, eher nicht. Komm her. Mit dieser Waffe kann man nicht... Also sie braucht so lange, um wieder einen neuen Schuss abzufeuern. Das ist hier das Problem. Was ist das gerade? Was ist das gerade? Was ist das gerade? Was ist das? Oh ja. Ich hab das gerade gesagt. Oh ja. Toll, hat es dann irgendwie auch nicht gebracht. Jetzt sind die wahrscheinlich sowieso alle tode. Oder? Ähm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann war ich das nicht. Aber ich muss gerade konzentriert werden. Jetzt sterbe ich wieder. Ja. Ich hoffe, sie sind jetzt alle platt. Ich hoffe es. Jetzt komme ich natürlich nicht wieder hoch, oder? Warte mal, hier. Einfach entlang. Warte mal. Warte, 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 warte. Was? Äh. Toll. Achso. Was geht denn hier ab? Was? Hier ist Leben. Ohne Waffe. Ja, war ja klar, dass wir wollen, ne? Warum auch nicht? Aber jetzt habe ich volles Leben. Brauche ich ein bisschen Energie. Okay. Pool. Ein geheimes Waffenverstück gefunden. Schön. Das freut mich. Gut, und jetzt einfach zurück zum, äh, Zug. Was haben wir denn Waffe? Nein, nicht die. Ich gehe hier. Zurück zum Zug. Wir müssten ja jetzt hier... Hier ist ja sowieso nichts. Und Regale kann man ja nicht verschieben. Kann man das eigentlich kaputt machen? Oh. Geht sogar. Okay.